Ja, hier testen Sie bitte, wie können Sie Gourmet essen? Und was ist das? Mein Kollege steht auf Barbecue, ich mag lieber dieses... Ich mag die Barbecue gerne. Geben Sie mir davon, oder? Natürlich gerne. Aber es ist auf jeden Fall... Ja, ähm... Da musst du in die Saftsosie reinbringen. Ja, so schmeckt�... Das sind alles Kaste dazu. Das sind die Bogen, aber Heimchen... Mit Geschmack-Karbeiges... Nee, Bröme! Ah, haben bestimmt viel Eiweiß, oder? Mhm, mm, mhm. So... So, geröstet sie. Also wir sind offenbar alles, aber das kann die Männer nicht probieren. Jetzt ist hier eigentlich schon... Geben wir mal. Ja, gerne. Ja. Ja, also. Wir sind begeistert, ja? Ja, zwei Tage habe ich gesucht. Tatsächlich, dabei waren wir schon die ganze Zeit hier. Keiner konnte mir sagen, wo das ist. Sie müssen nur fragen, wo das Ministerium ist.